Harte Vorwürfe gegen Laura Maria Rüper, 26 Die Influencerin machte in den vergangenen Wochen erneut mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Anhand zahlreicher Indizien deutete sich an, dass die Blondine wieder mit ihrem Ex Pietro Lombardi, 29, zusammen ist, erst zuletzt zeigte sie sich im Haus des Musikers. Es scheint, als würden die zwei es erneut miteinander versuchen. Doch Lauras Ex-Flirt sieht das anders. Laut Jonathan Steinig, 26, nutzt die 26-jährige Pi nur aus. Im Promiflash-Interview rechnete der einstige Lover des Social-Media-Stars jetzt hart ab, sie nutzt Pietro nur aus, um aktuell wieder im Gespräch zu sein. Jona erklärte weiter, er könne sich zudem gut vorstellen, dass Laura die Dreiecksgeschichte mit ihm und Pietro ebenfalls für Schlagzeilen genutzt habe. Ich will noch sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie einfach skrupellos ist und mit den Gefühlen anderer Männer spielt, um aus jedem ihren Vorteil zu ziehen. 1. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018